Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde zu einer weiteren Folge Warface. Wir spielen heute mal Beherrschung. Wir spielen heute mal Beherrschung. Habe ich noch nie gespielt. Ich weiß nicht, ob der Mansen das gespielt hat. Nee. Wir spielen heute Beherrschung. Ja, komm. Ja, Einladung ist raus. Jetzt schreiben wir die an. Ich glaube, das spielt sowieso jetzt. Um die Uhrzeit keine Sau mehr. Von daher müssen wir wahrscheinlich eh gleich auf Team Deathmatch umgreifen. Ach, hi, im Gegner-Team. Hallo, from the other side. Oh, aber dann auf Öldepot. Ich finde die Karte mega geil. Und ich finde es auch mega geil, dass ich der lowste Rank in meinem Team bin. Ich finde die mega scheiße, weil die einfach nur mega klein ist. Weil du alle fünf Minuten drauf gehst von der Granate oder von der Tube Bank. Geht die Runde schon los? Ja. Oh ja. Sechstens. Erstmal laden. Und dann ganz in Ruhe werde ich mir gleich erstmal mein Dings ausrüsten. Mein Ingenieur. Und dann sehen wir weiter. Und mit dem Ingenieur macht das Tier auf der Karte am meisten Spaß, finde ich. Aber nur wegen der Mine. Hm? Aber nur wegen der Mine. Richtig. So, los geht der Spaß auf Öldepot. Auf Öldepot? Ja, aber wo? Ja, ist ja ein Traum. Ja, wo kommen die alleine gekrochen hier? Mansen, bist du gut? Ich stehe da ja nicht in der Ecke. Schade. Ich bin auf jeden Fall direkt das erste Mal gestorben, weil die alle wieder geschluckt haben wie die Affen. So. Jetzt geht's. Hi, Sylvester. Ja gut, wir sehen mal wieder gar nichts. Alles klar. Gut, einfach mal eine Clamer hier rinballern. Was ist denn los? Oh, das war dumm. Alter, das ist hier zu neblig. Äh, da liegt eine Clamer. Mansen. Was? Deine Clamer. Was, wo? An der Ecke. Bist du das? Ne, das war so klar, dass er da wieder schimmelt, wie immer. Man kann ja nichts anderes außer schimmeln. Ne. Ja, da kriegst du. Was? Mann, ey, es ist doch gut jetzt. Ich will doch einfach nur mal mein Equipment erstmal loswerden, damit ich erstmal eine Grunde... Oh, Alter, das ist doch hier nicht wahr. Was ist das denn? Ich komm grad gar nicht klar, ne? Dass ich das mal sage auf Öldepot. Ich glaube, die Karte ist tot. Was? Er überlebt die Granate? Oh no. Wie war das, wer die Granate wirft, ne? Der stirbt. Warum platziere ich jetzt hier meine... Jetzt, ich platziere hier meine Clamer. Ich brauche mal gleich wieder neue Munition. Ne, ihr Arm. Oh, Alter. Jetzt habt ihr noch so einen scheiß Camper da hinten. Also so einen Sniper Camper, Alter. Okay, gut, ich bin von meiner eigenen Clamer aufgejagt worden, danke. Oh, ich hab mal wieder einen Kill gemacht, so. Wahnsinn, das sind deine Clamer hier. Was, wo? Dann verrate ich dir nicht, wo. Aber wahrscheinlich ist das deine, die da lag, wa? Geht direkt um die Ecke bei dir. Ja. Ja. Bist du verstanden, halt. Ja, ein bisschen Reparatur. Oh, nee, Rindpfeifen hier. Ja, ich zieh doch auf seinen Kopf, Mann. Was ist denn hier schon wieder los? Ja, er trifft mich halt, meine Güte, Alter. Ah, wird auch wieder keine Star-Runde. Aber hier ist ja auch nicht schlimm, ne? Ist ja auch gar nicht schlimm. Was ist das denn? Ich schieße ihn an, er verreckt nicht. Er kommt umherge... Ey, Sniper in diesem Spiel, ne? Unsinn, ein Traum. Warum platziere ich jetzt hier meine Clamer? Ich weiß es nicht. Was, wo hast du denn meine Clamer platziert? Ja, nicht bei dir. Ja, der Silvester-Böller geht erstmal bei mir auf. Das war meiner. War er schön? Ja, war schön, dass er schön meine ganze Amor weggeballert hat. Ja, mal hin. Okay, ich sehe gar nichts. Ich sehe noch weniger. So lässt sich das leben. Ey, Mann, dieser Ghost Recon geht mir so auf den Piss. A Ghost Recon ist doch, glaube ich, auch ein Spiel. Och. Ja. Oh, hi. Granate. Ich treffe sogar blind damit jemanden, aber leider nicht getötet. Mann, hier war es bestimmt wieder du, wa? Nee. Oh, geil, wir haben Sunny, der hat mich geheilt. Alter, na, sowas siehst du auch selten im PvP. Geil, noch eine Granate. Mann, was ist denn das? Ich bekomme gleich einen Kotzanfall, Mann. So, jetzt reicht's mir. Ja, schön, dass da meine Clamer hier laufen ist, Mann. So. Geht zwar nur noch zwei Minuten die Runde, aber, ja, wir sind noch nur zur Fünfte in meinem Team, aber das ist auch gut. Da, Mansen. Wat, wo? Ey, ich hab irgendjemanden mit meiner Silvester-Granate getroffen und getötet. Ey, das ist totaler Rotz. Jetzt kommst du nicht mal mehr aus dem Spawn raus. Und sich ja alle jetzt schimmeln. Ah, die waren ein bisschen zu tief, anders als. Ja, ist okay. Ich sehe nichts. Mann, das ist nicht wahr. Du kommst nirgends mehr raus. Du kannst eigentlich nur noch deine Granaten schmeißen, und dann kannst du direkt wieder sterben, damit du ein neuer hast. So, hier. Es ist doch gut. Und dann ist er... Alter, das ist nicht dein Ernst, Mansen. Wat denn? Die scheiß Clamer. Das weigen nicht. Nö, stand bloß vor Mansen. Liebe Grüße, Mansen. Money Bear. Boah, jetzt hab ich auch noch mehr Granate, so scheiße, ey. Ja. Ja. Cause Baby, you will firework. Komm and show the work. Schön, so muss es sein. Muss mal ein Double Kill gerissen. Ghost Recon geht mir auf den Sack. Und wie, Alter. So. So, bam, Alter. Mit der Pistole weggefistet. Und die Pistole im Arsch geschoben, da. Mansen! War das deine Claymore? Ja. Bam! Ah, Mansen, hab ich dich grad wieder getötet, wa? Äh, werd ich jetzt mal umschalten, ne? Klasse. Ja, brauchst nicht mehr, sind nur zehn Sekunden. Na, in zehn Sekunden bin ich in der Warteschlange. Das war die erste Runde, also. Das war ja ein Traum. Das war ja eine richtige Runde. Oh, farm, 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 ja. Maps, die gut sind. Oder die 18 und den Snipen gegeneinander. Oh, ja. Wollen? Nee. Na, ich weiß ja sowieso nicht, ob wir im gleichen Team sind. Äh, doch, wahrscheinlich sind wir im gleichen Team. Oh, ich hab Knast. Ich hab die beste Präzision aus meinem Team. Als Schrotflinte. Soll was heißen. Aber dafür 07, ne? Ja, was willst du machen, wenn du gespawnedrapt wirst? Du willst doch, wie das. Ja. Ach, nö. Was für ein Zufall. Ach, was für ein Zufall, Mansen. Ja, du bist umsasas halt. Alter, was ist denn, Alter, gerade los? Ach, Runde beginnt auf 5 Minuten. Top. Runde beginnt in 5 Minuten? Nein, 5 Minuten noch. Wow. Topf. Und er steht hinten, klick, 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 Mann, Alter. Wie ist denn los, hast du? Wie steht's denn? 56, 59. Oh, also führen wir ganz knapp. Ja. Ei, ei, ei. Na, ich seh schon, der wird sich gleich ändern. Jetzt bin ich gleich. Anderer... geht ziemlich hart ein auf den Pistar, bei euch, der schimmelt. Okay. Das kann ich leider nicht beurteilen. Ich weiß nur, dass ich gerade durch eine Granate gestorben bin. Ich bleib aber auch erstmal bei der Waffe hier kommen, warum nicht? Just for the fun. For the lols. Da, Mansen, für dich. Ne, die war zu weit. Ja, ich hab'n Kill abgestaubt. Ja, aber das Aimless grüßende. Ach, scheiße, ich bin ja... Ich bin ja Muni-Typ. Guck mal, jetzt sagen, warum kann ich mir denn keine Panzerung geben, sondern Muni. Was ist denn Ding? Ah, dann schmeißen wir mal eine Runde Muni her, komm. Die Karte ist auch so klein, ey. Deswegen, die ist... Das ist schon echt fast zu klein. Fuck, ja, das war kacke. Schreibt mir nicht an in den Kommentaren. Oh, Mansen, dein Team führt. Ach, was für'n Zufall. Hier, Mansen, für dich wieder. Geil, jetzt wurde ich mal von einem Spieler getötet. So, aber ich hab auch ihn mit meiner Granate getötet, also bin ich nicht zufrieden. Jo, gib mir ruhig Panzerung, so ist nett. Ist da ne Clamer? Na, lag ne Clamer, ja. So, auch nochmal einen Muni-Kit schmeißen. Äh, es macht so Spaß mit der Waffe einfach nur. Die ist so ein Monster. Äh, noch ein Kill. Schön. Warum nicht immer so? Oh, und dann kommt ne Granate. Aber ein Glück ist die nicht vom Mansen. Oh, drei Minuten geht die Runde noch. Hat sich voll gelohnt. Mansen, für dich. Erstmal ein Double-Kill machen. Ui, hab ich wenig Leben. Ach man, der killt mich schon zum dritten Mal an mit seiner Granate. Du hast nen Double-Kill, ja, Mann. Mhm. Ey, wir sind ja schon wieder, ey. So, ja, ne, ja, das. Boah, Alter, ey, diese Map ist so langweilig. Da schlafen tutet man ja ein. Da schlafen tutet man ja ein. Ja. Ach so, klar. Okay, ne. Warum habt ihr vor allen Dingen diese scheiße Westergranaten und ich nicht? Das ist doch fair. Ja, sehr gerücht, ja. Na ja, guck mal, die behinderten Spieler, die brauchen ja auch mal einen kleinen Vorteil. Ne, gerade mit deinem Profil, da, wie jetzt hier, ne. Das ist... Ja, ja, ja. Der Waffe ist einfach. Ja, 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 komm. Kannst du mir erzählen, weil der Tag lang ist, ja. Ja, du wirst lachen. Warface nicht. Hat vor allen Dingen Warface gerochen, ne. Ja klar, das riechen die einfach. Dafür kränkt doch nichts, wenn die so eine Art im Wege haben. Verpiste ich mit deiner Drecksclaimer da. Ruhe hinaus mit deiner Drecksclaimer. Fuck. Da kam sie Granate. Ah, könnte nochmal knapp werden zum Schluss. Aber meine Idee, die Granate kann ich leider nicht zu dir schmeißen. Aber die. Das ist ein Fehler. Sag doch, das ist ein Fehler. Lass mich durch. Ach, du bist ein Spast. Fuck, Mann. Gibt's doch nicht. Scheiße hier doch. Mansen. Ja. Nee. Aber die. Was? Da kam ja Mansen. Den gibt's ja auch noch. Ja, wenn man halt ne Langeweile hat. So. Glückwunsch, Team. Mission erfolgreich. Mehr wollte ich hier an dieser Stelle auch gar nicht hören. Ach, warum denn so langweiligen Drecksmaps? Man nimmt mich über Airbase. Und stell mich da in irgendeine Ecke und snipe. Du triffst eigentlich immer ja nix. Oder triffst du. Doch, die Luft. Die schneide ich sogar mit der Kugel. Stell dir das mal vor. Oder du triffst halt die Turbine und die Anrisse. Ja, das wär'n Traum. G-Force. Elite. Ach, das sind doch schon die Neuen. Oh Gott, ey. Mal gucken, ob ich jetzt so schnell wie möglich in meine Position komme. Wart, wart für ne Position. Ich hoffe mal, dass ich auf meine Position komme, wo ich hin möchte. So. Und so. Nee, obwohl. Mach mal den nochmal rauf. Oh, scheiße. Die war kacke. So. Ja. Ja, first death of Mansen. Mann, was? Geht gut los. Wir machen doch wieder her. So, lassen wir das erstmal. So, du Wichser. Nicht mit mir. Wo geh ich denn jetzt hin? Na komm, in der Position komme ich wahrscheinlich eh nicht. Ich werd's mal versuchen. Ja, sag ich doch. Die bewachen da links und rechts im Flugzeug. Ist dat schon wieder schwul. Ich mach ja grad gegen den CSGO-Kuchen und ein Snapper-Duell. So, fickt euch, ihr Bastard. Und der verliert, so wie der aussieht gerade. Das war richtig schlecht bei mir. Ich war, ich war grad richtig festgestarrt. Einfach nur. Wie aktiviert man denn diese scheiß Turbinen? Ja, unten rechts. Und dann rechts. Ach, du bist doch so ein Wichser, alter. Alter. Mann, ey. Panaka, man. Verpasst, Jack. Ja. Renate. Renate. Ja, hier Schritte. Oh, oh. Fuck. Mann, die Pistole muss schneller schießen. Dann wird geil. Mann, sag mal, mit wem lieferst du dir da hinten ein Sniper-Duell? Ja, natürlich. Mit den CSGO-Kuchen. Ich geh immer um die Ecke. Ja, deswegen. Du brauchst halt irgendwie um die Ecke gucken. Schon bist du weg. Das ist ein Traum. Wie gesagt, mit dem bettel ich mich gerade ein Feist. Das macht sogar sehr, sehr viel Spaß zur Zeit, Karne. Ja, ich mach einfach mal mit. Ich hab eigentlich nichts zu tun. Äh, ja, ich hab auch gerade geschossen. Ich hab sogar noch Assist-Points gekriegt. Bringst du dich mal hier hoch? Ja, kann ich gerne machen. Na, los. Geh du vor, dann. Ja. Ach, du bist so ein Mongo, Alter. Darum ist doch ja nichts. Ich will hier nur hin wegen der Wupp-Dilität. Pass auf. Moin. Ach Gott, nicht schlecht. Ach, das ist doch nicht wahr. Mansen. Mach weg. Mann. Weißt du, ich wollte mir gerade die Panzerfauster knacken. Was, da oben ist eine Panzerfaust? Da oben ist es immer eine Panzerfauster. Deswegen wollte ich da hoch. Na, er kommt da wohl nicht mehr, wenn dein Freund war. Nö, anscheinend. Manni16 Single auf Freundesuche. Doch, der kommt noch. Der bloß gezögert. Hab ihn. Mit einem Slidekill. Also, ich hab aufgehört zu sliden und dann hab ich direkt abgedrückt. So ein Quick-Goop. Mann. Ey, weißt du, überall schimmeln die. Das ist total rotzig. Rotzig? Ich weiss. Weißbrot. Oh-oh-oh-oh-oh. Blockst du aber auf, Blüte! Du kleine Fotze, Alter. du tun kannst du noch nicht mal wissen selber ne ja muss man verpiss dich dahinten jetzt ach man so sei doch froh dass überhaupt jemanden hast mit dem ich nehmen kann oder meinst du ich möchte auf meine position aber ich darf die ganze zeit nicht ich habe doch schon viel früher abgedrückt und warum granate das ist schon wieder total unlogisch dieser typ der nervt mich da unten gerade da oben da oben ich habe ihn quickscope gegeben niedergeschlagen und dann habe ich ihn gekillt ja klar man sind alle klar er denkt sich wieder easy ich habe mit denen 23 zur zeit ich stehe mit den 99 was ich gebe ihnen hitmarker mit der kasse sniper mann jetzt steht der 19 mann ey der hat doch so eine pelle alter ich habe vor allem ich gebe ihnen den hitmarker mann ja mach mal du ich habe gedacht er kriegt mich da schon wieder eingehört ich bin mit absicht ganz weit um meine rome rand dass ich bloß in rinnen rennen ja ich habe mich da auch noch bei uns oder wird ja ja ich habe mich gerade mit der granate gekillt kann ich hier wenigstens ganz irgendwo nach oben na das ja jetzt geht los jetzt geht's los ist klar mann alter war ja wo schimmelt er denn hinter der tür und schießt durch diesen kleinen schlitz wenn man die schlitz ok ich habe den wieder mal getroffen bis ich da welcher spaß hat kathitur bin aktiviert alles neuer ich werde die ganze zeit gespawntrap weil die auch dahinten schimmeln dürfen wo sie wollen da ist ein dream in dream comes true ey man alter leute es kann nicht sein dass unser scheiß engineer da mit ner scheiß schaufel hockt und wartet dass sie rumkommen anstatt seine richtige waffe auszupacken dieser bastard man entschuldigen sie bitte meine kraft mann ey was gewinnt er denn die ganze zeit mann ey es ist doch ein witz es ist doch ein witz gerade gewinnt der alles alter mann alter was ist denn das jungen spiel als ingenieur alter jetzt fick ich den aus einer base raus wie noch nie alter du hast nur nach diesem sekunde ich hoffe das weißt du ja das ist mir egal hohoho zum schluss nochmal niedergeschlagen naja war das du 15 18 ich hab 13 18 knapp naja hier dieser csgo ist erster oder was der csgo kuchen ja das ist auch mein neuer name manni wisst ihr bescheid ich nehme jetzt immer csgo pl cz kuchen das ist mein neuer name jetzt werde ich ihn auseinander ficken auf der map tun sie das das kann ich angehen dass der mich hier easy weg ficken darf ah Motor geht immer na gut leute in dem sinne würde ich dann sagen ich wünsche euch noch einen schönen resttag oder einen schönen tag noch auf jeden fall oder auch einen schönen sonntag Prost erstmal an mansen und dann sehen wir uns wieder in der nächsten folge machts gut bis dann ciao hauen sie rein brian